Dies ist ein Podcast des Vereins Freunde des Museums am Stadtgarten Winterthur. Tee und Kognak von Albert Anker. Aus der Sonderausstellung Albert Anker. Eine Gegenüberstellung. Überall liegt das Schöne. Man muss es nur sehen und klar erfassen. Genaues Hinschauen, auch im Kleinen, ist die Devise beim Malen von Stillleben. Anker erweist sich auch hier in der präzisen Wiedergabe als virtuoser Meister. Genauso subtil ist das Meisterwerk Tee und Kognak von 1877 inszeniert. Es ist ein Stillleben ganz aus dem städtischen Milieu. Die einzelnen Gegenstände wie Kognakflasche, Teekanne und Kaffeegeschirr mit Kännchen haben sich im Ankerhaus in Inns zum Teil noch erhalten. Solche feinen Details sorgen für die Glaubwürdigkeit der Szene, denn genau so sieht es aus. Das Bild ist in der subtilsten Grauharmonie gehalten. Die farbigen Akzente liegen einzig im Braungelb des Kognaks und im Blau des Tassendekors. Auch bei den anderen Stillleben ist es, als ob der Betrachter selber am Tisch säße und man kommt manchmal in Versuchung, die so glaubhaft geschilderte Materialität haptisch selbst zu überprüfen oder an den Lebensmitteln zu naschen. So etwa ein Stück vom Beinschinken im Bild Stillleben mit Schinken von 1896, das bereits mit der Gabel aufgespießt zum Verspeisen einlädt. Immer wieder trifft man in Ankers Stillleben auf Getränkeflaschen, Wein, Bier, Absinth und Kognak. Der Alkohol ist allgegenwärtig. Ob dies ein Hinweis auf eine entsprechende Problematik in seinem ländlichen Umfeld sein könnte? Ähnliches hatte er ja auch in Paris antreffen müssen. Man könnte Ankers Präzision in der Wiedergabe aller Einzelheiten als Detailversessenheit bezeichnen. Doch genau darin liegt ein Grund für seine Qualität. Diese ist jedoch nicht malerischer Selbstzweck zur Dokumentation des eigenen künstlerischen Virtuosentums, sondern die Gegenstände sind Teil der Welt und haben deshalb Anspruch auf genaue Wiedergabe. Denn nur so sorgen sie für die Glaubwürdigkeit einer Szene. Denn ein guter Künstler hat immer die Augen offen und lässt sich von allem inspirieren, zumal die Auseinandersetzung mit der Umwelt jede Sekunde stattfindet. Ankers Stillleben sind leider nicht zahlreich. Seine Popularität hinderte ihn auch hier daran, sich ausführlicher dieser Gattung zu widmen. Er steht hier durchaus in einer Tradition, die einerseits auf die holländische Stilllebenmalerei des 17. Jahrhunderts zurückgeht, andererseits hat er auch den häuslichen Kompositionen eines Jean-Baptiste Simeon Chardin, der damals recht eigentlich wiederentdeckt wurde, wesentliche Anregungen zu verdanken. Wir haben noch viel mehr zu bieten. Besuchen Sie das Museum Oskar Reinhardt am Stadtgarten in Winterthur.